Hallo? Wo bin ich hier? Willkommen! Du bist im Online-Kurs Web Engineering der Technischen Hochschule Mittelhessen. Und wir sind deine Trainer. Mein Name ist Klaus Zirkel und ich bin ein Informatiker. Und ich heiße Peter Kneisel und bin auch ein Informatiker. Zum Team gehören die wissenschaftlichen Mitarbeiter Christoph Thelen und Paul Volkmer. Und der Student Daniel Gerhardt. Alle drei sind Informatiker. Und zum Trainerteam gehören unsere beiden Experten für Webdesign und multimediale Dokumentation. Rainer Voges und Ulrich Thiele. Hm, was kann ich hier lernen? Am Ende des Kurses, mit noch etwas Übung, weißt du wie man eine Website im Kundenauftrag professionell erstellt. Auch zeigen wir dir wie du eine HTML5 App entwickeln kannst. Cool, genau was ich suche. Aber wie lange brauche ich dafür? Der Kurs Web Engineering dauert ein Semester. Du musst etwa 6 Stunden in der Woche online arbeiten. Was konkret werde ich lernen? Der Plan sieht wie folgt aus. 1. Wir führen dich in die Web-Technologien ein. HTTP, HTML5, CSS3 und JavaScript. 2. Du erstellst deine eigene Website auf unseren Servern. 3. Du lernst, wie du deine Website auf Performance, Barrierefreiheit und Usability testest und optimierst. 4. Und das ist was ganz Besonderes. Du entwirfst eine Web-App mit einer JavaScript-Bibliothek und bringst deine App in die bekannten App-Stores. Fantastisch. Genau das, was ich schon immer lernen wollte. Ich freue mich schon auf den Kurs. Und nicht vergessen. Vote für uns. "! Applaus Untertitelung des ZDF für funk, 2017